Ich bin Markus. Das ist mein Buch. Ich bin Christian. Das ist meine Schule. Du bist Katharina. Das ist dein Bleistift. Du bist Manuela. Das ist deine Schultasche. Er ist Andreas. Das ist sein Spitzer. Das ist Herr Weber. Das ist seine Schülerin, Martina. Sie ist Angelika. Das ist ihr Heft. Das ist Frau Gruber. Das ist ihre Schülerin, Mia. Das ist ein Kind. Das ist ein Federpenal. Das ist ein Klassenzimmer. Seine Tafel ist grün. Sie ist eine Schülerin. Das ist ihre Jause. Das ist die Schülerin. Das ist die Schülerin.